Ohne Scheiß! Alter, jetzt ist der Liga bei mir! Was macht ihr denn hier? Aber Bram, belästig mich! Ich lauf, ich lauf als Team rum! Ich hab keine Ahnung, was ich auf Ruhm gewusst habe. Wie habt ihr dabei einen Schock an? Ich lauf doch nur mit dir als Team. Ohne Spaß. Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TTT. Diesmal wieder aus der Jay-Sicht. Oh ja. Hallo Jay! Hallo! Natürlich wieder mit allen außer... Hadi, du bist jetzt kein Schwanz, was du gerade erzählst. Ja, ist auch so. Mit allen außer Grom kriegt dich. Tut mir leid, er hat leider heute keine Zeit dabei zu sein. Wir werden einfach mal die Fresse jetzt Hadi. Komm, ich lobo, und gib dir einen. Komm doch her! Deine Mutter. Ja, komm her! Scheiße, ich bin innocent. Innocent! Ich bin nichts zu erkennen! Ich wollte gerade schon die Discounts durch die Gegend schmeißen, Leute von den Betten schmeißen, aber... Das war... Hadi macht das, Hadi schmeißt die mit Kanaden an. Hadi scheiße wird insidiert. Hadi hat... ohne Spaß, Hadi war gerade im Menü. Wo ist der denn? Wie er gelacht hat! Alter willst du mich verarschen? Wo ist der? Boah, der ist doch am lecken. Der leckt gerade ein bisschen, ja. Der leckt gerade ein bisschen, ja. Hadi ist tot. Hier? Ich hör was piepen. Innocent, alles klar! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Bram, du bist... Das macht dich nicht gerade, äh... Innocent. Christian hat C'd abgeknallt. Okay, Bram ist so. Lebe noch! Fuck! Neu! Moment! Was macht ihr denn da, bitte? Christian hat Bram getötet. Ja. Alles klar, das macht Christian nicht gerade... Ich dachte mir, ich dachte mir... Identifizierst du den mal bitte? Ja! Der ist runtergefallen! Ich bin schon bei dem. Peter... Oh... Entschuldigung. Oh scheiße. Alles klar, Christian, das macht dich... Christian, das macht dich nicht gerade innocent. Ja, ich weiß... Den Spruch habe ich gerade schon... Den Spruch habe ich gerade schon bei Bram gebracht. Was seid ihr aber auch? Ja, aber Jay, wir haben... Dann haben wir ja nur noch... Alter, ohne Scheiß... Ich bleib... Ich versteck mich und alles ist cool. Ohne Scheiß. Voll nicht lustig hier. Irgendwie hat das mit dem... Mit dem Schießen mal besser funktioniert, ey. Irgendwie habe ich das Gefühl... Zwei sind es hinter sich! Ey Jay, dann müssen das ja... Zwei gibt's ja noch! Einer unter! What the fuck? Wer ist denn jetzt wieder tot? Peter ist tot. Peter ist tot. Chris? Ja, dann seid ihr das. Ihr seid ja die letzten beiden, die legen hier ab. Chris? Chris? Chris ist unten im Vent drin. Ja. Der könnte jetzt hochkommen oder halt auch nicht? Na, der schießt auf mich. Wo ist der denn? Ihr seid doch die letzten beiden, die weh im Vent. Der ist unten im Vent. Okay. Der schießt auf mich. Mit einer Sniper, aber... Los! Ich dachte, warum hat denn der nicht Auto geschossen? Das war nicht cool! Hat der dir gegeben? Ne. Und der hat's Boom gemacht. Ja! Boah! Dann gibt der mir noch. Sehr schöne Runde. Ich mein, Sepp und ich haben nicht allzu viel dafür getan, aber trotzdem schöne Runde. Ich hab aber den Bram getötet. Was war das eigentlich für ne Aktion am Anfang da? Was war die gut? Hast du nicht so ganz verstanden, was da toll ist? Ja, Bram hat einfach gesagt, Hardy is it. Hardy is it und Sepp hat angefangen auf dich zu schießen. Ja. Und da hab ich mitgeballert. Ich glaub Bram war auch überzeugt davon, dass im Kaufmenü was. Oh Gott, die Minus. Ja, weil der Bram so authentisch gesagt hat, der ist im Kaufmenü. Das war auch eindeutig, das hat man auch eindeutig erkannt. Ja, dann leuchtet das doch auch. Aber das war nix hier Happy Trigger. Ja, auf jeden Fall. Fängt die Aufnahme auf jeden Fall schon mal gut an, hier als Traitor. Die Zuschauer sagen mir immer nach, dass ich immer Traitor bin. Hab ich das Silbertablett ja richtig ausgepackt mit Sepp erst mal. So, jetzt richtig bitte Hardy. Christian war auch noch Traitor. No. Innocent, Bram ist bei mir. Christian ist bei mir. Ich hätte euch gerne übern Haufen geballert, aber ich bin leider Innocent. Es war einfach zu gut, die Runde. Einfach zu gut. Guck mal, da ist der Sepp. Sepp leckt auch ein bisschen, das stimmt. Alter, das Spiel leckt bei mir total krass zwischendurch. Okay. Ja, da müssen wir... Ja, doch, das hatte ich gerade auch kurz einmal gehabt. Müssen wir nach der Runde wieder umsteigen. Ja, da müssen wir jetzt Server wechseln. Wir haben zur Zeit ein bisschen Probleme mit den französischen Servern. Also vom Bett kommen Granaten, äh vom Schrank kommen und wird gefallen. Ich bin oben auf dem Schrank, aber ich hab keine geworfen. Ja, Sepp war hier auf. Sepp war hier unten und schmeißt. Komm mal auf. Sepp schmeißt hier mit den Granaten rum. Nein, der nicht schmeißen. Ey, ohne Scheiß. Sepp, warum schmeißt du mit Granaten rum? Das machst du sonst nie. Ich hab dann nur ne Smoke gebrochen. Das machst du sonst nie. Waren das unten Smokes, Leute? Ja, aber was soll das bedeuten? Freunde? Also ich hab Schaden gekriegt. Waren das unten Smokes? Ich hab Schaden nicht gebrochen. Also ohne Scheiß, okay. Sepp ist für mich mega auffällig. Aber gut. Ich töte. Ich bin kein Trigger. Happy Trigger Finger. Na ja. Jay ist für mich mega auffällig. Der ist ein Finger. Ist klar. Jay ist für den Finger an der Hand. Der ist für mich mega auffällig. Wow, das war jetzt auch kurz am Leggen. Ich glaub sogar 10 bin ich jetzt auch. Was ist denn das für ne Scheiße? Dann zahlt man dann Geld für nen guten Server. Dann kriegst du ne Rotze. So zum Kotzen. Wow, Peter will sterben. Ich bin auch bei den beiden. Peter will sterben. Nee Jay ist beim LKW. Ich wollte gucken ob der hier ne Bombe gelegt hat. Aber hat er nicht. Wir könnten eigentlich die ganze Zeit bei Zepp bleiben. Obwohl das ging gefährlich wenn der andere Traitor dann Bomben legt. Ja guck mal da kommt der Bram. Der Bram ist jetzt einfach mit Yalla Yalla. Wo seid ihr denn da? Der Bram hat gar keine Waffe Leute. Der Bram hat gar keine Waffe. Der Bram hat gar keine Waffe. Der hat ne Waffe. Der hatte gar keine Waffe in der Hand. Bram hat das überhaupt gar nicht lustig. Ey Peter halt mal ein Auge darauf ob sie sich plötzlich verpissen. Bram schießt. Bram schießt. Hardy schießt auf mich. Hardy hat auf mich gesnipert. Du hast mich auch getroffen. Wo ist der? Wo ist der? Der ist unten beim Lego Haus gewesen. Das stimmt nicht. Wer ist der jetzt tot? Das war aber ein schlichter Schuss. Bram ist unten. Bram ist unten im Schacht. Der ist fast tot. Nein. Okay. Ich glaub das durfte Sepp nicht mehr sagen. Er durfte doch keinen Fall sagen. Der war schon tot. Alter das gefällt mir nicht. Ey seit wenn ihr mir sagt wo die sind. Ja ich brauche jetzt eure Hilfe. Wo sind die? Hardy ist unten im Vent. Okay. Der schießt auf mich. Ja. Ja. Okay. Also Hardy und Bram. Können wir uns darauf einigen. Ja Alter. Bist du drauf gegangen? Äh nö. Bist du nicht. Alter hörte mal auf mit der Scheiß hier rumzuschmeißen. Lass mal weg gehen von dem Schrank. Ich könnt mir gut vorstellen dass die Bomben geplantet haben. Und sorry Sepp dass du da echt nur die Granaten rumgeworfen hast. Der ist immer noch im Vent Peter. Ja wir müssen doch da nicht hin oder? Der schießt von oben. Der schießt von oben. Von oben aufm Schrank. Ja? Kleine Hunde ey. Was ist der denn? Hardy ist badly wounded. Ich weiß nicht wo der ist. Jetzt ist er rausgerannt. Hardy ist unten. Unten im Vent. Hardy ist tot. Hehehe. Ach man mal du eine Scheiße. Oh Leute. Der ist auch tot. Den hab ich gar nicht gesehen. Wie bist du? Leute. Meine Incendary ist runtergefallen. Ja hier. Scheiße. Ich hab die eigentlich als Poliziauto gelegt und dachte mir so cool hab ich da so ne brennende Wand weißt du. Dann bin ich safe. Wir haben ja entgeflogen ey. Aber die hab ich wohl ein Stück zu weit geworfen. Kann man so sagen ja. Der Peter auch gestorben hat nämlich gar kein Leben mehr. Ja genau. Dachte ich mir nämlich auch. Dies war es eine gute Runde. Wo ist er denn gelandet? Aber ohne Scheiß Sepp schmeißt mit Dingern da rum. War lustig. Aber gut zu wissen, dass du auch als Innocenter mit den Dingern rumwirfst. Natürlich. Ist das natürlich doof. Haben wir das Bram nicht mal verboten, dass er da random mit durch die Gegend wirft? Ja Bram. Ich hab das. Bram macht das ja auch oben. Und ich geb da nen dicken Schick drauf. Ja richtig. Bram gibt da nen Fick drauf. Was willst du machen? Na hallo. Das sind die Möglichkeiten ihr mir das Spiel gebt. Alter. Chris ist bei mir. Hallo Jay. Chris ist bei mir. Chris ist immer noch bei mir. Oh mein Gott. Guck mal ich hab schon wieder nen Discom. Boah haben wir erst Scheiße. Alter Chris. Hau ab. Ja das Problem ist wenn ich hier. Oh ich find Twitter geil. Das kann ja nicht Leute töten. Innocent by the way. Das ist der Tinder. Das ist der Tinder. Ich konnte da gerne mal hoch. Wieso fliege ich denn jetzt wieder runter. Das ist doch Scheiße. Alles klar endlich oben. Hi Peter. Hi Peter. Na Peter. Na Peter. Na Peter. Was geht ab. Was geht ab mein Freund. Paddy ist auch noch im Wind. Boah du brottest dich die ganze Zeit. Ja du. Da ist noch Sepp. Wollt ihr mich alle verarschen. Na Peter. Was machst du hier. Hast du die Sniper im Visier. Kommst du hier. Trinkst ein Bier. Und der J.D. ist auch hier. Alter Scheiße. Peter. Peter, 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 Peter. Ey, der, der, der Dräger. Der drängt uns zusammen. Der macht gleich ja-la-la-la. Ja, oh ich weiß, das könnte echt sein. 過-la-la-la-la Hier oben. Hier oben. Da vorne, da, da. Ah leute, ist heute runtergefallen. Meine Justice die haben, es war sehr mangier. 办 das dann uns kümmern. Mückschsig kald Yoktan, wir könnten einen geilen Sex haben. Wie fehlt der denn fortan, du hast am Polizeiauto. Nur hier beide oben auf dem Schrank auf dem Polizeiauto Sepp, warum hast du da ne Bombe geplätet? Wo hat Sepp ne Bombe geplätet? Hat er nicht, hat er nicht Das klingt so mega künstlich von J.B., der halt sagt Warum hat Sepp da ne Bombe geplätet? Wir brauchen hier oben drauf, mach mal Sex Hier oben drauf, mach mal Sex Ihr Schweine Oh, da ist einer Was auf, warm, Junge, weißt du, ist ja schade Alter Hast du schon abgesperrt, oder was? Moment, ich muss dir noch eeben So Na, guck mal, jetzt eeben Ey, du hast gerade einen noch gesehen Fetter, 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 fetter Oh, hier, sollen wir unsere Liebe feiern? Komm her Wie feiern wir die denn? Wir geben uns jetzt richtig dick ein Oh, Peter, ich wusste! Okay, Peter, is it? Wer lebt denn noch? Pete? Peter, is it? Brammen? Sybil noch Warum sind Peter und Brammen ruhig? Ja, weil Brammen Peter gesnigert hat Ne, andersrum Da hinten, wer ist das? War ich Und der vertraue ich nicht, by the way Wenn du in meine Nähe kommst, schieße ich dich ab Christian schießt auf mich Okay Christian snipet auf mich Alter Hat mir gegeben Hadi, Hadi und Chris sind's Ah! Hat einer auf dich gesnipert, Jay Hadi und Chris sind's Christian habe ich Labe doch kein Bullshit Willst du mich verarschen? Hadi ist es Hadi ist es Bombe unten im Schrank Und Hadi ist es Fick dich, Peter Fick dich, ich schieß zurück Alter, okay Ist Peter noch da? Dann ist es Peter Peter ist es Und weg vom Schrank Ja, Peter ist es Peter hau ich jetzt weg Ja, wo ist Peter? Nein! Und wo? Jawoll Nice! Sorry Hadi, aber du standst vor mir und ich dachte du wärst das dann Ich hab 18 Punkte Ich hab 18 Punkte Man muss doch immer einmal klicken oder nicht? Nein, du musst nur einmal E drücken Du musst nur das Menü aufrufen Ja, weil manchmal kann man auch Confirm Death klicken Ja, das mag ja sein, aber das musst du nicht machen Gib mir ihn! Ich will haben! Loll! Da ging jetzt gerade witzig So, schön Ohne Spaß, Peter, wa? Du kannst echt nicht sein dafür genau Und der unten dann Traitor bist, wa? Scheiße, echt Aber eigentlich war das schon klar Weil du die Runden davor nicht Traitor warst Niemals ist Hadi der Hidden, ey, toll Ist voll langweilig Ja, ohne Scheiß Niemals Ich hab meine Lieblingskanate grad wieder aufgenommen Was ist? Ich war einmal Traitor bislang Noch nicht so häufig Kann ich jetzt wieder hoch? Aber jetzt gehen die Legs allerdings wieder Alter Sepp ist bei mir Sepp ist bei mir Sepp, hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Ja, verpiss dich Ja, richtig, verpiss dich Jo, Chris Schleube schieben A OG Das war ich Hadi? Hadi stinkt Hadi will auch mal in dich schießen, oder wat? Ja Muss ich bei Hadi auch mal ein bisschen Stress machen Welche Fallschirm? Fuck, wer hat denn... Alter Alter Pfff Das ist Hadi, hab ich einfach mal ein bisschen Stress gemacht Ja, das stimmt Und nochmal direkt Ne, komm Alter Alter Ich schmeiße die einfach hinterher, du Lutsch Ich glaub Christian ist es Ja Warum? Da ist Hadi Warum? Nein Quatsch Setbombe geplantet Ist einfach wieder die Bombe geplantet Wer hat sie geplantet? Die geht doch Die geht doch 40 Sekunden auf den Schrank Haut ab Haut ab Die defuse ich nicht Boah, das muss aber nochmal ein bisschen Ja, ist das geil ey Also Also Mitten oben auf den Schrank geplantet Im obersten Stockwerk Ne, nicht ganz oben am Dach sondern im obersten Also ich bin ja wohl Ne Brammen Von deinem Rücken rumzuschleichen Ja Also ich würde da nicht Richtung Haus gehen Die geht wahrscheinlich in ca 25 Sekunden hoch Also du hast den abgeknallt oder was? Nein Hadi Drück mal Tappen Ja siehst du doch Ja okay, ja gut Dann ist Jay auf jeden Fall schonmal für mich proven Heißt also Brammen verhält sich auch Und was hat dahinten Peter Peter war aber gerade schon Die Frage ist wo ist Christian Wir sehen uns alle aber Christian ist nicht da Alles klar So Das war das Das war das Wie heißt das Der Geist von Sam Ich vermute entweder Peter oder Peter oder Nicht Peter Peter oder nicht Peter Peter ist das bestimmt nicht zweimal hintereinander Ich bin auch dafür Peter oder nicht Peter ist es Soll Der ist noch was hochgegangen Okay, da war ich aber nicht Wer war denn da noch? Brammen ist da rumgelaufen Wer war da unten? Christian ist da unten unterm Bett Wobei da ist die Bombe hochgegangen Das wäre voll sinnfrei Das ist die Frage wer unten unterm Bett war Die habe ich genau gesehen Wo ist denn der Brammen hin? Der Brammen ist verschwunden Oben auf dem Schrank Alter ich bin nicht verschwunden Nur weil du links abbiegst und in den Schrank reinläutzt oder was? Hat der Sepp ein kleines Häufchen gelegt Oh Spaß hat er Du bewegst auf dimmen Eis Ja du bewegst dich auf dimmen Eis Junge Pass mal auf ey Da hast du dein Eis Ihr könnt halt eigentlich nur Ausraumboden finde ich Ne Peter ist das nicht Peter vertraut Ja kümmert euch darum Macht er macht euch gegenseitig tot Peter habe ich schon zu oft vertraut und dann hätte er mir nen Header gegeben Das ist cool Ja aber der wird zweimal hintereinander Traitor Das glaube ich nicht Der redet immer noch durch den Fernseherschrank Wer wäre wer Ich bin hier ganz versteckt Okay Ja warum nicht Ganz versteckt Peter Ja ok Christian sieht mich natürlich Der ist unter Das mit den Bomben laufen klappt auch eigentlich relativ gut Weil hier Peter da ist noch einer auf der Rampe Achso Ja ja das ist Hadi Aber Hadi vertraue ich auch Du vertraust Hadi? Ja weil Warum? Weil der mir die ganze Zeit den Rücken kehrt Vielleicht ist er auch Traitor Vielleicht ist er auch Traitor Achso Wie Nochmal bitte was Das habe ich jetzt aber nicht so ganz verstanden Wenn du Wenn du die ganze Zeit anderen Leuten den Rücken kehrst Hast du ja natürlich keine Gefahr Dass die einfach die Happy Triggerfinger an Weil du ja selber der Traitor bist Also kannst du den anderen ruhig den Rücken zudrehen Und wenn du Peter die ganze Zeit den Rücken zudrehst Ich hab doch gesagt dass ich Peter vertraue Warum sollte ich ihn dann die ganze Zeit angucken Weil warum vertraut ihr euch den Gegensatz Ich hab ja gesagt Warum vertraust du Peter denn? Dann tun wir doch mal einen guten Grund Ja Will ich ja gerade Das lässt mich ja nicht ausreden Das ist der Grund Der ist niemals zweimal hintereinander Traitor geworden Niemals Never ever Alter Deswegen glaube ich dass das entweder du bist oder Christian So Wir lösen das Problem jetzt Okay Alter Alles klar Ich gehe hier weg Ihr macht jetzt das gegenseitig unter euch Womit das gucke ich aber jetzt mal hier Kriegsreporter Komm dann pisse dich Brammen Ich werde dich killen Wenn du dich nicht verpisst Ja mach dann Komm schon Okay Ihr kommt mir alle hier viel zu nah Wisst ihr dann? Verpisst dich Okay wenn du schon so spielst Dann glaub ich das Läu 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 Was war das denn jetzt? Läu Wer war das denn jetzt? Das war Peter Ich wollte euch beide mitnehmen Habe ich irgendwann mitgenommen? Nicht im Ernst Habe ich dich erschossen? Peter du Noob Ne Gott sei Dank ich hab dich nicht erschossen Ich wollte euch alle mitnehmen Wieso Wie scheiße ist denn die Djihad Bombe? Alter Ne die ist nicht so riesig Oh Sorry Peter Dann muss ich sagen Hätte ich Peter jetzt blind vertraut Habe ich Bram wenigstens mitgenommen? Ja Der chillt hier Er macht hier laszive Posen auf dem Kassettenrekord Ne auf dem Videokassetten Okay die ist zwar echt lustig die Bombe Aber die hat ja überhaupt gar keine Reichweite Die bringt halt was Weißt du wenn du jetzt beispielsweise auf unserer Minecraft Map spielst Und alle in dem Traitor Tester sind Dann machst du Jalalalalala und dann ist alles weg Dann musst du halt Ja aber wir standen voll nebeneinander Das stimmt Das war echt krass Also Hadi hätte auf jeden Fall eigentlich noch mit drauf gehen müssen Finde ich auch von der Reichweite Ja jetzt mal ganz ehrlich findest du nicht? Nein Objektiv Objektiv? Hallo ist Hadi Na schon mal wieder Okay wo ist Hadi? Boah ohne Scheiß Da macht auch keinen Spaß hier die ganze Zeit innocent zu sein Alles klar Sepp wo plantest du diesmal? Hallo Bram Du hast 32 Pünktchen Ja ich bin die ganze Zeit Indo Hadi was bist du da die ganze Zeit AFK am rumstehen? Ja ja Hadi ist Traitor Hadi? Hadi ist von Pissen oder so Ich glaube Hadi ist ausgeflogen oder? Ich glaube Hadi ist eher auf Toilette oder so Alter wer hätte den Dienst in Dairy geworfen? Ich nicht Ich nicht Und die liegt da unten im Schrank Wer schmeißt die da in den Schrank halt? Ja Bram neben uns ist Hadi Irgendwie ist das ein bisschen strange Ja der ist AFK der ist Pissen oder so Gleich hörste Boah mein Quark ist wieder runter gefallen Irgendwie im Gefährt aus der Küche oder so Könnt ihr den jetzt ja einfach weg machen? Ja ne man kriegt den voll Ja das wäre aber voll assi Wenn der jetzt innocent wäre Und der Traitor das so einfach machen würde Ja Ja dann soll der ansagen Ich weiss nicht Vielleicht hat der er halt ja und wir haben das nicht gehört Deswegen nicht Also ich darf ihn auf jeden Fall verstehen Ja wat macht der wohl Dich beim Fetten rumachen Wir haben noch mit Heidi gerade noch darüber geredet Sorry Sorry mein Pfarrer Ob es dein Objektiv ist Ich muss mal machen dann Jay Hau ab Sepp Hau ab Hau ab So hier sind zwei Ah Alter hau ab Bram Bram und Sepp 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 Bram Ja Hau ab Ich weiss du hast nur einen Punkt Und dir ist das scheiß egal Fick dich Bram Ich hab ich schieße nicht Ich schieße doch gar nicht Ich schieße doch gar nicht Ich schieße doch gar nicht Alter Fick dich Wo ist der Bram denn Ich kann nicht Ich knall den ab Du knallst Ja bitte knall den Alter Sepp ist bei mir Boah ne Spaß Das ist mir alles viel Ich glaub als du gesagt hat Hadi das ist Warum? Ja ich glaub auch dass du das bist Ja weil du so schnell gesagt hast Der ist Proven Und ich baller den weg Ja aber ich war doch gerade AFK Wenn du mich hättest killen wollen Wäähre ich noch schon mal Alter Bram Ja ich auch Ich stand die ganze Zeit über dir Ja das wusste ich doch nicht Ich war doch nicht am Bildschirm Das kann ich doch nicht sehen Mein Gott Das ist ja eine Sackgasse Alter Bram Bram ist immer noch bei mir Boah wenn ich die Fresse halte Dann wisst ihr auf jeden Fall Das Bram ist Und weh ihr könnt euch daran nicht erinnern Ohne Scheiß Alter Jetzt ist er wieder bei mir Was macht ihr denn hier Boah Bram belästigt mich Ich lauf Ich lauf als Team rum Alter Alter Ich hab keine Ahnung Ich lauf doch nur mit dir als Team Ich lauf doch nur mit dir als Team Ich lauf doch nur mit dir als Team Ohne Spaß Und dann töte den doch einfach mal Ganz ehrlich Nein ich hab 32 Punkte Bram ist auf jeden Fall in hoch Ohne Scheiß Komm es weg Aber ich Ne Ne Boah Bram ohne Spaß Hau ab Ich mach hier voll die Hardy Sprüche hier Ohne Boah Sepp was willst du hier immer wieder Ja ich bin da Ohne Spaß Ich bin jetzt hier ganz ehrlich Alter Bullshit Warst du dann Ja Ich hab ja auch kein Bock mehr Ohne Spaß Wieso Ah Die beiden sind die ganze Zeit hier rumrennen Bram geht mir auf den Sack So Alles klar Ohne Scheiß War das eine Bombe oder ein Disco Leise 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 Und zieht keiner Alter Bram man Okay alles klar Okay Okay Bram Also ich bin dauerhaft mit Bram zusammen Ja Ihr wisst bescheid Geht Ich begleicht bei euch Wetten ich erschrecke mich gleich so Debs dass ich hier auf die Zunge weise Alter was hat Sepp da gerade in der Ecke gemacht Hat der die Bombe wieder mal geplantet Ja Sepp hat die Bombe geplant Sepp ihr seht Au 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 Sepp hat die Bombe geplantet. Wo ist der denn? Verpiss dich, Christian! Naja, okay, Christian ist proven. Ah! Loll! Loll! Und? Ich dachte, das ist der Sepp! Hab Bram und Christian getötet? Moment! Warte mal, das ist Bram aber auch für mich Traitor. Loll! Habt nur die ganze Zeit drauf gewartet. Ne, da! Tut mir leid. Loll! Chris ist... Scheiße! Wieso hab ich den... Sepp ist der andere! Chris ist der Traitor? Ja, Chris und Sepp! Wieso hab ich den denn nicht getroffen? Aber geil! Der Peter, der da reingejumped ist, der war kollateral. Da tut mir leid. Ja, ich hab euch geschossen. Ich hab auch auf dich geschossen, muss ich zugeben. Vielen Dank fürs Zuschauen! Sepp, du bist schon wieder beim Bombeplanten erwischt worden, ey! Nein! Weißt du, Hadi hat dich doch gesehen! Hau rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!